ist ja auch gar nicht okay habe ich dich gewählt hat er mich aufgelegt gut dann halt nicht telefoniert nicht mit deiner mutter werde ich jetzt erst mal zur firma und dann sehen wir uns daher ich brauche erstmal noch eine weile bis ich alles fertig habe richtig auch ein wunderschönen tag ist über jackson hallo ganz genau alles klar dann ich bin gleich auf dem weg ich habe nur noch schnell meine tasche um und dann mache ich mich sofort auf den weg zu euch alles klar bis gleich wieso bist du vorhin nicht herangegangen warum du vorhin nicht drangegangen bist ich habe dich angerufen ja ich hatte gerade so einen süßen hund bei mir und muss mich um den hund kümmern ach gottchen okay oh man dann ist der beste okay ach danny ach ja der ist süß ja ich verstehe mich übelst gut mit janty ne okay ja man das ist doch schön ja ist alles gut ja mir geht's gut firma läuft super und bei dir ich geh gleich in den knast was ist passiert ja ich muss meine fahrkünste gegenüber kopf üben und sie haben dich aber trotzdem erwischt oder ne noch habe ich mich am marsch ach okay ach Mensch aber ich werde gleich mich am marsch haben ach so ach Mensch du machst Sachen komm wieder da und schon wieder werger ja schon glaub ich sollte gleich nochmal am rcls fahren ey den hätte ich mitgenommen so was kann ich tun für dich anlöchen hier bei dem Pounder da ist hinten die Aufhängung die ist locker die klappert die ganze Zeit wenn ich fahre hier von den Lichtern die ist auf der das eine Seite locker sie ist einmal dagegen getreten ist wieder fest ja meinst du nein aber könnte sein ne ich glaube nicht ich höre es zumindest immer klappern wenn ich immer um die Kurven fahre hier sind doch die Schrauben locker oder ich bin ich produziere noch Lebensmittel ja schlimm genug und ich habe Hunger ja alles gut nein kriegst du eine Rechnung von mir aber gerne alles gleich und nächstes mal stecke ich den 17er Schlüssel zu dann machst du das selber okay wenn du mir zeigst wie es geht ja das hast du gesehen einmal gegen treten und die Schraube festziehen für die Leute okay alles klar und wenn es nicht geht dann sag ich Bescheid aber mit den Autos mit den Schuhen fährst du hier in den LKW glaub ich spinn aber was wieso ja gegen Verkehrsordnung ja gar nicht die sind zu also alles gut okay schönen Tag noch gleichfalls ciao Hallo ich mach mal kurz wie heißt du Ilva Jackson Ilva was geht Rami 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 hi wie geht's ja gut und ihr ja geht so ne wo ist Pablo der ist oben in der Firma okay okay ja gut ich muss weiter wir müssen los alles gut ja klar mach's gut ciao ciao hey Schatz hey hey ähm erst mal liebe Grüße liebe Grüße von Torti okay der hat sich bei mir gemeldet er hatte gemeint er wäre gleich wieder im Knast ja das muss er entscheiden da können wir nichts machen richtig und dann habe ich noch Rami getroffen okay ja der hat sich gewundert der hat erst mal meinen Namen gefragt und dann sagt sie ach Ilva du bist wo ist Pablo ich sag nein das oben in der Firma und dann waren wir vorher noch so schwindelig wie diese Schwindelanfälle gehabt total ewig ja ich auch wie ich hochgefahren bin du auch ja ja dann bin ich oben in der Firma noch mal kurz ich habe mich auch kurz hingelegt ja ich habe mich auch noch mal kurz dort auf den Stuhl geordnen ja ich habe mich auch noch mal kurz hingepackt ah du bist du ja schon du bist ja schnell wie geplant du warst versucht oder du warst versucht ja eigentlich fahre ich es immer um aber ja man weiß ja nie ne der ist auch ein komischer blauer Lichtwagen dann irgendwo aus der Ecke rauskommt das LSPD bitte halten Sie Ilva bitte rechts an wir müssen ja auch erstmal nur pflücken wir müssen ja jetzt nicht gleich verarbeiten oh scheiße Hase ich wollte meinen Mund öffnen und haut die Tür dabei geht's dir gut ja oh Gott wir gucken gleich deine Verletzungen an okay ich hätte dich jetzt in die Ladefläche gepackt ab einem mit dir ja ab und ab mit dir ins MD aber sowas von die Selle Luder schluckt doch wieder ganz viel was denn ich hab nix gehört nix gehört soll ich nochmal sagen dass das Luder ganz viel schluckt und 65 Liter habe ich reingepumpt ich sag ja das Luder schluckt herrscht ert wenn ich morgen weg kommt dann ist mir das Busch Oh Gott. Fertig bin. M. 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 Ja, M. M. Was wird das? Bitte? Was wird das? Was? Ja. Spass dir bitte bis zum Bett auf. Spass dir bitte bis zum Bett auf.